was geht man und sie weiter und ja ihr habt es wirklich richtig gelesen ultra instinct goku kommt morgen ins globale do come battle am 21 12 um 5 uhr morgens um es genau zu sagen um 7 uhr morgens nach der wartung es gab ja die erste wartung die es gerade vorüber gewesen deswegen konnten die daten mal in die daten schauen zum beispiel unser boy nordics oder dpc space shout an sie natürlich und da wurde in den daten erst mal dieses folgendes geleakt entdeckt das von dpc space denn die awakenings von den charakteren auf die wir lange warten kommen zudem aber auch diese kommen um 1 uhr morgens 1 12 1 uhr morgens zudem goku ultra instinct sein unser boy ultra instinct goku kommt tatsächlich schon so früh fürs globale do come battle an der stelle heute abend im stream das ganze diskutieren wäre cool wenn ihr einschaltet 19 21 uhr dieser junge wird um 5 uhr morgens ist um 5 uhr morgens released angekündigt warum wir in dieser zeit 8 pm 20 abends amerikanische zeit so gesehen und tun 9 schritten drauf das wäre 5 uhr morgens bei uns jedoch gibt es die wartung sprich wir können um 7 uhr nach der wartung ab 7 uhr mit ihm rechnen dann kommen auch noch spezielle christmas summon banner christmas summon tickets werden kommen leute und zwar sind diese ab 1 uhr werden diese ab 1 uhr freigeschalten morgen das ist dann vor der wartung noch hierfür müssen wir das ist ganz das ganz interessant lasst uns erst mal lasst erst mal sich über die sache reden dass alchard secogo kommt schon so früh was könnte das heißen was könnte das heißen zum einen ist die sache ok es geil ist wir bekommen quasi vor weihnachten eventuell auch für weihnachten und alchard secogo ist ja der leader der götter dies darum heißt la vegeto blue wird dieser in dieser kategorie sein ist das eben dieser aufbau momentan auf la vegeto blue so das heißen alchard secogo kommt eben deswegen früher weil er vegeto blue auch kommen wird damit er sein leader hat damit alles so gesehen unter einem dach ist interessant interessant zudem wie gesagt diese christmas summon tickets diese werden ab 1 uhr erhältlich sein wie bekommt man sie man muss stages beziehungsweise was stand hier dran man muss die stages man muss die stages der götter machen um sie zu bekommen einmal zweimal dreimal bla 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 bis zu zehn mal dann bekommt man zehn stück insgesamt zehn christmas summon tickets die ab morgen schon erhältlich sein werden das sind die events von fusion zamasu vegeto blue wie heißt unser boy kalten blue goku virus rosé und vegeta blue diese events machen sinn dass man die machen muss für die christmas summon tickets weil diese charaktere in der kategorie von alchard secogo sind ausgoku ist der leader der götter riem of gods heißt seine kategorie übersetzt worauf ich zurück will hinaus will ich hoffe zum einen das habe ich hier geschrieben ich hoffe zum einen dass wir diese christmas sammeln tickets vorerst benutzen können um vorerst nur mit diesen tickets alchard sec goku zusammen für ihn sammeln zu können warum es hat schwierig ja es sind wirklich gute beine rausgekommen für die mansons verschwindet hat jetzt kommt alle neue im christmas sammeln tickets schon so früh mit alchard sec goku regelrecht wirklich direkt hintereinander zur gleichen zeit man muss die events der götter machen um es hat mir die tickets benutzen zu können für den sun banner ich hoffe daher nicht das ist jetzt nur grobe spekulation von mir dass man die tickets wirklich vorerst vorerst leute ohne stones sondern nur mit den tickets dass man damit alchard sec goku sammeln kann das sind weil ihr müsst bedenken das sind nur zehn tickets ich wüsste nicht was sie mit den tickets anstellen könnten wir haben keinerlei informationen was von banner kommt das ist das eine das nächste wäre was ich mehr hoffe dass wir diese events machen müssen damit wir eventuell die medaillen für den für lr vegeto blut sammeln können damit das einen besseren anreiz hat und die tickets bänner einfach besuchen die tickets für einen ganz anderen bänner sind für den christmas bänner das wäre das so gesehen finde ich ja eigentlich besser aber guck mal was da abgeht also morgen dann mehr zudem gucken wir mal kurz in du kann reddit rein da sind wie gesagt alle informationen dazu die ja ich sag mal battlefield awakening kommen morgen mit den battlefield medaillen die charakter haben wir gesehen ab 1 uhr morgens alchard seco kommt dann nach der wartung und interessant ist ja dass er schon omen sein heißt also es nur ein anzeichen für alchard seco und eben wegen des christmas summon tickets dass sie eben auch kommen ab 1 uhr und ihr seht das ganze auch hier sind scheduled sie sind in der liste von dps space für die charaktere für die karten die kommen werden da stehen auch die zeiten dran schau es auch kurz auge zikoku an wie gesagt er ist dream of gods kategorie leader gibt ki plus 2 für die götter hp 120 prozent und intypes ki plus 2 hp 40 prozent er hat noch kein doken awakening das dürft ihr nicht vergessen das dürfen wir nicht vergessen ich mein sandwich macht unser dude passive er bekommt auf angriff und verteidigung 70 prozent und zusätzlich ki plus 3 attack plus 70 prozent und eine hohe chance dass er angriff des gegners dodge für sieben runden einmalig wenn die hp 50 prozent oder drunter fällt genau kann man merken power open a flash prepared for battle the first awaken soviel zu unserem boy ja wie gesagt leute merkt euch das am besten morgen nach der wartung wissen wir dann wirklich viel viel mehr was kommt welche events kommen was für ein banner kommt wie man auch zu bekommen wird na klar durch den bänner schätze ich mal aber jetzt wirklich ist wirklich eine spekulation von mir ich hab's irgendwie im bauchgefühl hoffentlich werden wir die tickets nicht benutzen können müssen um vorerst nur für auto in zikoku sammeln zu können mit diesen tickets und nicht mit stones oder ob sie einfach dazu dienen für ein christmas banner für total anderen christmas banner und wir diese events einfach machen sollen die göttere events um quasi dass es ein anreiz sein soll damit wir zum einen entweder das wäre cool die medaillen für lrw getto blue miteinander farmen dadurch farmen oder eben halt an sich die unsere götter voranbringen sag ich mal für das kathorie team von goku aber leute es ist wirklich viel passieren viel passieren alters die goku kommt ist insane quasi für weihnachten müssen wir schauen oder soll das ein aufbau sein für lrw getto blue damit sein lieder kommt ein gott lieder ich freue mich dass wir ganz mit euch heute abend diskutieren zu können leute ihr könnt euch schon mal die genannten dazu machen ihr habt alle zeiten hier in dem video ansonsten auch bei mir auf twitter auf disco server ansonsten wünsche ich euch schöne tage und wir sehen uns dann entweder heute abend oder im nächsten video haut rein leute peace